Musik Hi Leute, willkommen bei Tizzi Schubech Und wir kommen hier zu einer neuen Folge Bei First Guy Special Card Ne, Hardcore bei First Guy Special Card Die Serie hat ja der gute Broski da ins Leben gerufen Und ja Broski, was geht ab bei dir? Tizzi Schubech? Sicher Tizzi, ja Aktuell sind da ja so kleine Spannungen Timo hat gesagt, mit dem nimmt er gar nichts mehr erst auf Hat gesagt, ja egal Simon, dann ziehen halt mal ab Habe ich gesagt, ja das wird aktuell ein bisschen schwer Aber wir haben ja eine große Ansage eigentlich gemacht Dass wir auf jeden Fall mit unserem United Team Gegen ihn gewinnen würden Ansonsten würden wir Pelé opfern, ja Mal gucken, das ist heute mal so das erste Abtesten hier Also das war eine richtig behinderte Idee, muss ich nochmal sagen Egal, man muss sich auch immer irgendwie wissen Jungs, ganz ehrlich Es darf ja nicht zu langweilig werden Oder mal im Ernst Man muss sich ja immer was einfallen lassen Man braucht ja auch ein paar Herausforderungen, ja Wir stehen aktuell nicht so umsaft Na gut, aber ihr fickt euch komplett selbst Na dicker Selbstsport, Bruder Unterschätze uns nicht, ja Auch wenn wir jetzt so nicht ganz hundertprozentig da sind Wir sind im Trainingslager, mein Freund, ja Und United mit Russland Würden es nach vorne pushen Auf jeden Fall haben wir uns gedacht Machen wir heute Passend zum Spiel heute Abend Argentinien versus Nigeria Deswegen drei Argentinier-Spieler im Team Drei Nigerianer im Team Und der Rest wird mit Buy-First-Guy-Hardcore-Variante ausgewählt Ja, ich würde einfach sagen Proski, start direkt mal hier rein Oder willst du noch was loswerden? Ne, ich bin zufrieden Dann lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben Da wie gesagt Ab morgen hockt der gute Timo auch wieder hier Dann kommt er endlich mal aus seinem Ich weiß nicht, was der in Wien da Getriebe hat Keine Ahnung Ob er auswandern wollte oder sonst irgendwas Aber morgen ist er wieder da Ich gehe direkt mal hier auf die erste Position Oder weißt du, was er in Wien gemacht hat, Proski? Ich weiß nicht, aber ich habe was im Ohr Drei Ja, Moin, den nimmt man mit Aber den muss ich erstmal kaufen gehen hier Passt zwar leider überhaupt nicht ins Team, aber Danke So, ja, dann wähl aus, mein Freund Mein Spieler steht hier auch drin Oh, falsch Ja Drei Ah, ist nicht schlecht Aber Auch nicht gut Das wäre besser gewesen Ja, ist drin So, ist drin Dann gehe ich hier auf die nächste Position Nächste La Position Mal gucken, hoffentlich kommt Da muss was Ja, wähl aus Drei Ja Moin, Alter Ja, Moin Den muss ich kaufen gehen Aber Abfahrt Er ist richtig wichtig So, okay Spieler Easy da Jetzt bist du dran, mein Freund Ist klar Ja Ist da Sechs Weißt du, was du gerade noch gesagt hast? Hä? Diese eine Ikone, die ich auch schon mal gezogen habe Hast du die auch gerade gekriegt, oder was? Ich glaube ja Wenn wir von der gleichen Position reden Wenn wir von LV sprechen Ja Ja, dann reden wir von der gleichen Das ist so Dann, äh Ja, komm Nimm ich die Position hier Versuchen wir das mal Okay Drei Ja, Moin Nimm ich mit Alter, jetzt werden aber meine Coins richtig eng, Digga Alter Jetzt werden aber die Coins richtig eng Oh, ja, okay Kannst du Dann mach Dann mach diese weiter Alles klar Wichtige Position Come on Ja Ja Erzähl, welche Nummer Äh Drei Ha Okay, das wäre auch zu krass gewesen Alles klar Ja, ist okay Gut, dann gehe ich auf Machen wir das hier Machen wir das hier Okay, Prosti Boah, ich glaube, ich nehme mal die Drei Oh, nein Okay, muss ich kaufen Passt überhaupt nicht rein Bup, bup Okay, Abfahrt Ja Dann, äh Hätte ich gern bei dir die Zwei Ah Dö Ja Ist ich Nah dran Dö, dö, dö Okay, gut Dann, äh Letzte Position Hier wieder auf Äh Aller Speziale gehen Transfermarkt Und Ja Isa Ja Ich gucke kurz Rüber nach Dizzy Schube Studio Dizzy Nach Dizzy Stube Ich sehe, ich sehe Ich nehme die Drei Alter, Digga Wieso immer die Scheiß Drei Ich glaube den Hammer sogar noch Passt zwar, aber Da war eine Icon, Alter Ja, alles klar Letzter Spieler oder was Ja Abfahrt Letzter Spieler bei dir dann Dann, ist Sind sie da Ja Hm Da da Nochmal zum Abschluss Das war so klar Hast du deinen letzten Hm Dann würde ich sagen Scheiße Egal Wir gehen rein Fuck Geh mal Geh mal nahe Ah Purschi, let's go Reingeht's Sag mal her Du hast den guten Mann Du hast den guten Mann Da diesen N-Dingsbums Oder wie er heißt SBC Habe ich noch gar nicht gemacht Ja sicher Ja sicher Oh Steini Nein Ich werde lupfen Sorry Steini Ja Musa Riva Das eine gönne ich dir Das eine gönne ich dir Ariva Nein Okocha Geh doch hinterher Bruder 2 zu 0 Geh doch hinterher Ah Diese Pace Mutter, Alter Sag gerade nur Bruder muss los Aller Musa Das Bies Boah Starkes Ding Starkes Ding Starkes Ding Boah Schon Panik gehabt, Alter Dass der den jetzt nicht macht Starkes Ding, Alter Ist noch keiner richtig totgelaufen, ey Oh, nein Oh, die Verteidigung ist so langsam Ja Oh, nein Ja Die Ball lang JJ Nein JJ Bruder Nein Was macht Was macht er denn Was war das denn Alter Alter Wie die Bronze Karte Was war das denn Ja Die Ball Mann, Alter Let's go Fick dich Fick dich Das war so ein Foul Ja Das gibt es nicht Das war so ein Foul, Mann Mann Spiel doch rüber Nimm dich doch bitte vernünftig an Nein Ja Mann Verdammte Kacke Führst du raus Hacke zu Hacke Und er macht einfach nix Die Nachtkappe, Alter Komm Lücke Lücke Und er macht mit links Ja Ja Kein Downpitch, Alter Ey Wo grabt denn das Bein aus Ist klar, Murat Ist klar Ach, nein Ach, komm Was ist so klar Was ist so klar Was ist so klar Was ein räudiges Dreckspiel Ey, das gibt es nicht Muss los Sein Urgumsvater Nein Er fällt aber auf Wie ein Sack Scheiße Was gibt es hier, Mann Nein Muss los Alter Ach nein Ja Das gibt es nicht Das gibt es doch nicht Bruder, mach den doch einfach rein, Mann Ey, ich schwitz bis an der Unterhose, Alter Ja Komm schon, Moses Nein Oh fuck Oh fuck Alter Was ein Elfmeter Schieß, Alter Was ein Game, Mann Alter Ich schwitz Ich schwitz Hart, ey Boah, ich hab hier Richtig schön Schweißfleck, Alter Geil Ich komme aber gerade gar nicht Ah, jetzt Ja, Abfahrt Komm, du kannst Kann ich Ja Äh Linksverteidiger hätte ich gerne Boah, es ist Pogba Pogba in Form 90 Das kostet Abrasco 290 Ist er wert Scheiß Vieh Oh, aber eigentlich bitter für so ein Spiel da abzustoßen, wirklich Also, es war ein krankes Spiel, wirklich, muss man sagen, enges Ding Es war, äh Am Ende, aber Ich bin gespannt, ob es heute bei Argentinien, Nigeria ähnlich wird Genauso ähnlich wird Ja, Jungs, lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Morgen kommt das Rückspiel bei Broski dann online, ne Und, äh, bei uns wird morgen auch was kommen, womit vielleicht kein anderer oder niemand so rechnen wird, ja Aber, seid gespannt auf morgen auf jeden Fall Es wird sich was ändern Haut rein Letzte Wörter am Broski Letztes Wort Ja Jetzt muss mich aber auch mal langsam einbeinen Ja, komm, ja Du hast die letzten, oder Hopp Die letzten Worte, so Geheimnis Schuhe, welches am Start, ja Kauf mein Merch Und es wird sich nicht ändern, weil Timo ist ab Ding, wird er da, Jungs, ab morgen, ja Ja, hopp dann wieder Also, das wird sich nicht ändern, aber Ja, hopp Alla hopp, ciao Aus der Rhein Man scheiß Spiel Tschüss Musik Timo 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 Timo